Hallo Leute, das ist der Blade Skin und alle wollen den haben in Fortnite. Das ist der aktuell meist gewünschte Skin und in diesem Video wird ihn einer von euch kostenlos bekommen. Und ich werde euch verraten, wie ihr noch mehr Fortnite Skins kostenlos bekommen könnt. Ja, wenn du das feierst, lass auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch da und kostenlos Abo und mach die Glocke an, damit du in Zukunft nichts verpasst. Weil das ist ganz, ganz wichtig, wenn du Skins kostenlos bekommen willst. Ja, hallo Leute, ich bin Voltat und bei mir könnt ihr 64 Fortnite Skins in Fortnite Season 4 gewinnen. In Woche 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibt es noch jeweils 7 Skins zu gewinnen und dieses Video macht auch mit. Also schreib nochmal ganz schnell in die Kommentare, ob du einen Skin haben willst oder einen Battle Pass. Weil wenn du sagst, hey, ich will keinen Skin, kannst du auch einen Battle Pass haben und deinen Epic Games Namen, um mitzumachen. Der Sekir Yassim hat in Woche 3 meine Videos auf YouTube geguckt und ist ja einer der sieben Gewinner eines Skins, beziehungsweise Battle Passes aus den Woche 3 Videos. Ja, vielen lieben Dank, Sekir Yassim, dass du meine Videos guckst, Digga. Vielen herzlichen Dank, kriegst du auch mal diesen Blade Skin von mir kostenlos, gratis, geschenkt. Ja, viel Spaß mit diesen Skin, Leute. Und es gibt noch mehr Skins, ja. Ich habe jetzt gestern wieder neue Videos hochgeladen zu den Woche 5 Herausforderungen. Ich lade auch in Woche 5 wieder regelmäßig Videos hoch, ja. Lasst einfach eine Glocke da und ein kostenloses Abo und dann kriegst du eine Benachrichtung. Weil jedes Video, was ihr guckt, ist eine Gewinnchance. Ich ziehe aus den Videos, die ich hochlade, mehrere Videos und aus den Kommentaren der Videos die Gewinner. Ja, einfach jedes Video gucken, Kommentar reinschreiben und dann hast du die maximale Gewinnchance. Weil bei mir gibt es nicht irgendwelche Scheiß-Skins, ja, bei mir gibt es halt nicht irgendwelche schlechten Skins. Ja, ihr kennt das ja, andere YouTuber, die hauen dann hier, Kommando ist auch ein schöner Skin, kann man nichts sagen, ne. Aber weiß ich nicht, die hauen dann hier sowas raus, ne. Und bei mir gibt es die guten Skins, Leute. Bei mir gibt es die guten Skins. Als Dankeschön, ne, kleiner YouTuber mit 55.000 Abos, ja. Gibt YouTuber mit 100.000 Abos, die hauen hier, die machen hier, weiß ich nicht, 4.000 Euro im Monat mit YouTube und hauen hier irgendwelche 800er Skins raus, ne. Ist der Wahnsinn. Wie gesagt, ich bin ein kleiner YouTuber und ihr kriegt trotzdem sehr, sehr viel von mir zurück. Ich habe jetzt, wie gesagt, fast jedem einen 2.000er Skin rausgehauen oder ich glaube 1.800 gab es irgendwie mal, ja. Und allen Gewinnern oder eben Battle Pass. Und jeder von euch kann gewinnen, ja. Jeder von euch kann mitmachen und einfach Videos gucken, ja. Ich meine, ihr habt ja auch einen Vorteil. Ihr klickt mit, wie könnt ihr die Herausforderung machen, könnt machen, gucken, wie könnt ihr leveln. Ihr seht ja selber, ich bin jetzt Stufe 201 schon, ich bin schon 201. Und ich spiele selber ein, zwei Stunden am Tag Fortnite. Und jeder von euch kann das schaffen, ja. Ich werde demnächst noch ein Video machen, wo ich euch zeige, wie man schneller leveln kann. Ja, ich habe schon 1.000 Videos gemacht, aber irgendwie guckt die keiner, keine Ahnung warum. Und ihr seht ja, meine Methode, um schneller zu leveln, funktioniert, ja. Ich habe halt Stufe 201 schon erreicht. Ich habe jetzt schon Holo Glanz Storm. Als nächstes kommt dann Holo Glanz Dr. Doom. Dann Holo Glanz Mystique. Holo Glanz Iron Man. Und dann noch Holo Glanz Wolverine. Und dann habe ich durch diese Season, ja. Und wie gesagt, also meine Tricks, um schneller zu leveln, die funktionieren. Und das Beste ist wirklich, durch Video gucken könnt ihr Skins gewinnen, ja. Also Dankeschön für meine Community. Kommt doch auf meinen Discord-Server, da könnt ihr im Clan joinen. Da findet ihr Leute zum Zocken, wenn ihr Freunde zum Spielen sucht, ne. Wenn ihr ein guter Spieler seid, könnt ihr gerne in meinen eSports-Orga kommen. WT eSports am bewerben auf dem Discord-Server. Und ja, Leute, vielen lieben Dank auf jeden Fall euch für euren Support, ne. Also diese Season ist echt verrückt. Wir haben jetzt in den ersten 4 Wochen Wahnsinn. Es explodiert einfach, es ist krass. Und ich möchte mich einfach bedanken, ja. Ich sage das auch viel zu selten. Vielen lieben Dank an alle Zuschauer, die regelmäßig gucken, ne. Auch Grüße an Peljo und Doreen und alle anderen, die ich immer unter jedem Video fast in den Kommentaren sehe. Also vielen lieben Dank für euren Support. Ihr macht das möglich, ihr pusht das Ganze, ne. Und vielen lieben Dank auch allen anderen. Ich habe die, ihr habt es eh oben eingeblendet, ne. Wer diese Woche noch ein Skin gewonnen hat, das war Calvin, LED, Valkyrie Nummer 96, Hassan Pro, Fabio Grumpy, Blue, EISO, keine Ahnung, 782, Sander, DD und der Siki Yassin. Der Beugball leider hat er auch gewonnen, aber er hat die Freundschaftsanfrage immer noch nicht angenommen. Von daher, Digga, sorry, kann ich nichts machen. Ich werde noch die Gewinner von Woche 4 ziehen. Die muss ich noch ziehen. Also du hast auch noch die Chance, jetzt sofort am Wochenende den Skin zu bekommen. Also zum Beispiel den Bladeskin, indem du einfach die Videos von Woche 4 guckst, ja. Einfach auf meinen Kanal gehen. Und da ist eine Liste, da steht Videos von Woche 4. Auf die Playlist draufklicken, da hast du alle Videos, du mal durchgucken, kannst du mal schauen. Vielleicht fehlen dir noch ein paar Herausforderungen. Einfach deinen Epic Games Namen da reinschreiben, wenn du einen Wettepass haben willst, dazu, dass du einen Wettepass haben willst. Und ja, würde mich natürlich auch freuen über jeden, der mich auf Instagram abonniert bzw. dort folgt. Und ja, ihr könnt sogar noch von Woche 4 gewinnen. Ich werde da vermutlich heute Abend oder am Samstag an die Gewinner ziehen. Vielleicht schaffe ich es sogar heute noch und dann vielleicht Sonntag den Skin zu verschenken. Das heißt, dann könnten theoretisch die Leute den Bladeskin noch bekommen am Sonntag, wenn der bis Sonntag im Shop ist. Ich gehe mal davon aus, dass er mehrere Tage im Shop ist. Also ich gehe davon aus, dass die Leute, ja, es könnte sogar noch klappen, dass die Leute, die Woche 4 die Videos kommentiert haben, den Bladeskin bekommen. Wenn ich bis Sonntag dann die Skins verschenken kann. Dann muss irgendwie 48 Stunden befreundet sein. Ja, das könnte sogar noch klappen. Das könnte noch klappen. Also ich drücke euch die Daumen, ja, allen, die mitmachen, vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, ich mache jetzt auch noch einen, kauf mir den Skin jetzt selber und mache noch ein Gameplay und zeige euch mal, wie toll der Bladeskin ist. Boah, Cutter des Daywalkers. Was hat denn eigentlich hier eigentlich? Da gibt es ein Schwert und irgendwie hier so ein Klop-Ding, ne? Okay. Und Stile gibt es auch. Ich habe mir das gar nicht angeguckt. Ich dachte so, ach komm, hier, geiler Skin im Shop, dann verschenken wir den einfach. Also Leute, vielen lieben Dank für eure Support. Prost, freuen wir da hoch, Abo und blocke, track, creator code, voter.tv. Supportet ihr die Gewinnspiele. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.